Hallo meine Schönen, wir sind wieder in Death Stranding 2 und sollen hier die Vorratslieferung nach South North City bringen. Das ist übrigens da drüben und wir sind in der letzten Folge hierher gelaufen und haben eine kleine Atombombe ins Wasser geworfen und haben damit South North für die gerettet. Denn Hicks hat uns einen perfiden Plan gegeben bzw. wollte uns austricksen und hat uns einfach ein Paket unter die Arme geschoben, was an Fragile adressiert war. Dem sind wir zum Glück aus dem Weg gegangen, aber es war nicht ganz ohne Action. Es gab ein bisschen Probleme. Ich habe das Motorrad von jemand anderes zerstört, aber das kann schon mal passieren. Thoralf meldet sich auch wieder. Und jetzt gucken wir hier ein bisschen Musik und laufen mal ab nach South North City, was da drüben ist. Dass jetzt hier nichts mehr passiert. waren es war nicht immer noch auf deninen Versuchzentmihl, aus den Vernen, war nicht mehr für die Gerätstil, aber trotzdemamo da auf den Weg. Und da waren es schon lange, was wir eigentlich alles gerade library. Und da war es auch wieder passiert. Und da war es noch gar nicht mehr. Die Gerätste sind dieitte. so ich gehe mal hier wieder auf die straße die ganzen regierungen die hier sind die das liegen ich habe keine zeit dafür denn ich habe hier noch vorratslieferungen für south north city früchte sperma das mitnehmen können konnte ich nicht reich komplett verkackt ich habe hier sehr gut ich habe hier sehr gut ich habe hier sehr gut Wenn I look at you Ja, was ich hier? Are you in the dark? Ich liebe es! Ihr seid in die Mitte! This is the last time. Jetzt sind wir da in South North City. Guck mal, dass die jetzt angeschlossen werden. Ich hoffe, ich habe einen Fahrbahnuntersatz bekommen, da stehen welche. Vielleicht können wir da einen von nehmen. Das wäre sehr nett. Ach, vorne. Anzug wird decontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen Sam Porter Bridges. So. Jetzt wollen wir mal hier liefern. Angeforderte Fracht. Bestätigt. Ich habe keine einzigen Hinsen verloren. Ein bisschen beschädigt, aber keine verloren. Schöne dich zu sehen, Mann. Du weißt nicht, wie sehr wir uns darauf gefordert haben. Wie sehr habt ihr euch den gefreut? Hier geht es vielen Leuten schlecht. Die Bedürftigsten bekommen zuerst etwas. Aber bei dieser Menge sollte jeder etwas bekommen. Wir sind dir sehr dankbar. Ja, es geht ja noch von vier Prozent, fünf Prozent. Das ist noch okay. Ich hätte jetzt so mehr erwartet. Weniger als 50 Prozent. Das ist gut. Da gibt es ordentliche Likes. Gott, was habe ich denn für eine Schlecke gemacht? Fast 6.000 Meter. Alles klar. So, neues Lied. So, hat die folgenden neuen Hologramm-Daten zur Verfügung gestellt. Fragile. Aufmerksam. Schön. Großjahr. Neues Lied. Lebwohlsagend. Okay. Eins. Zwei. Fast drei Sterne. Das ist gut. Oh, meine Boots haben es auch abgeschafft. Gut, die haben nicht alles geschafft. Ich habe es kaputt gegangen. Kann passieren. Oh, großartiger Transporteur. So muss es sein. So muss es sein. Also, ich spreche jetzt, dass das hier alle Netzwerk endlich Realität wird. Ich kann es kommen, glauben. Echt nicht. Das ist fast wie ein Traum. Ja, wenn es kein Traum ist, will ich ein Teil davon sein. W få. Das ist so lange nicht mehr, oder? sehr schön die ist angeschlossen ist sehr gut und wir kriegen die neue waffe und so hat ihr die fähler sondern für folgenden handfeuer waffe das finde ich eine schöne geschichte sturmgewehr granade wir werden den anderen weg beschreiten ohne hilfe von außen hätten wir wohl nicht überlebt das chirale netzwerk könnte viel verändern reparaturen vereinfachen mit ihnen kommen wir vielleicht wieder auf die beine du hast uns ein unfassbar wertvolles geschenk gemacht als mittel nach city verloren dachten wir die gewalt würde nie enden jeden tag dachte ich es könnte unser letzter sein aber wir sind noch am leben durch die gnade naja sagen wir einfach ich glaube nicht an wunder oder glück ich glaube an menschen und menschen haben uns gerettet so wie du heute jetzt sind wir an der reihe anderen leuten zu helfen es tut mir leid ich muss das hier verteilen macht es mal jeder sehr dankbar guter arbeit ich sorgte dafür dass deine ausrüstung bereit sein wird ich muss dir ja nicht sagen dass du vorsichtig sein muss wenn du sie abholst so wir haben eine handfeuer waffe eine kompakte halbautomatische schusswaffe tödliche antipersonenwaffe vollautomatische gewehr verschießt tödliche kugeln und eine granate auch die ist tödlich ja dank an der stelle ach ich wehre mich demnächst danke sam du hast south north city gerettet und unsere leute einander näher gebracht die halbe strecke auch zu unserer wiedervereinigung hast du geschafft hör zu es gibt etwas das ich dir sagen muss die verbindung zu amelie ist weg wir haben ihre anrufe durchs alte system geleitet es muss ein problem mit der leitung sein ich kümmer mich drauf hoffen wir dass es nichts größeres ist ich registriere eine spitze ganz in deiner nähe werte jenseits von gut und böse das könnte den plötzlichen verbindungsabbruch erklären egal welche ursache es kann eine bedrohung für die knoten städte sein geh los und untersuche die sache das machen wir in der nächsten folge da steht wir für einen blick nach draußen und gucken was es damit aussichert und wir sehen uns zur nächsten folge ich freue mich über euch bis dahin macht's gut und ich freue mich über euch über die